Guten Abend beim Wetter. Das Tief über Österreich zieht langsam, aber sicher ab. Aber in der labilen Luft sind weiterhin Regenschauer und Gewitter möglich, wie zum Beispiel hier über Hinterstoder in Oberösterreich. Aktuell regnet das auch zwischen dem Waldviertel und dem Salzkammergut. Noch morgen am Samstag sind immer wieder Regenschauer und Gewitter möglich. Nur im östlichen Flachland, da bleibt es die meistzeit trocken. Heute 24 Grad als Höchstfest in Andau im Seewinkel im Burgenland. Und auch morgen bleibt es hier am wärmsten, sonst liegen die Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Am Pfingstsonntag gibt es dann weniger Gewitter. Am Pfingstmontag, da ist es dann die meiste Zeit trocken und auch sehr sonnig. Und es wird sogar frühsommerlich warm. Genießen Sie das verlängerte Pfingstwochenende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.